Willkommen zu diesem Video, wo sind wir am hohen Dachstein herum, einer von den Hextenhausberg, der rieße ich erst mal am Dachstein herum, ich bin, keine Ahnung, schon 10-15 Mal herum gewesen. 2. September ist heute, dann schaut euch das an, wir haben einen Pulverkreuz gefunden und das hat auch einen bestimmten Grund, warum wir einen Pulverkreuz gefunden haben, weil der Pulver Pauli ist heute auch unterwegs gewesen, den haben wir auch getroffen. Das ist ein Steirerpulver, oder? Österreicher. Steirerpulver, den kannst du essen, oder? Du, wie sind die Verhältnisse um nach dem Aufschwunsch? Es geht dich besser! Wahnsinn! Der Pulver Pauli hat uns auf eine abartige Idee gebracht, wenn wir nach dem Aufgang haben. Das war schon brutal. Der hat die Pauli-Rinn, oder? Genau. Die Spuren nachsträngt, Teresa. Die Spuren nachsträngt. Die Spuren, was der Franz hat. Mit eigenem Offen. Ja, genau. Die Geheim-Rinn ist das, falls ihr das nicht verpasst, wollt ihr auf dem hohen Tisch da unbedingt dran bleiben. Kanal abonnieren und graue Klocken aktivieren, lasst einen Daumen nach oben da, sonst vergesst ihr es später. Zwei Rinder, die Pauli-Rinn und die Franzi-Rinn. Musik Ja, es ist der Herz, gell? 1700 Meter sind wir gestartet. Und eigentlich voll cool. Da hinten die Dachstabung. Und ja, weniger wie 1000 Höhenmeter sind sie da rauf. Über den Hundertschortensteig. Da sind wir schon bei der Bergstation. Da bist du eigentlich relativ schnell oben. Der Hundertschortensteig ist nicht schwer. Kategorie B. Mit 1300 Höhenmeter. Wow, das passt. Genau, ideal. Die ideale Tour, wenn wir das erste Mal in Dach stehen, bei Fairmeans. Wo man so sagen will, machen wir überall. Von da, wo der Bahn weggeht, gehen wir zu Fuß. Jetzt geht es zur Südwand hinten rum. Das ist mit 40 Minuten angeschrieben da. Und da geht es nach dem Kleider rauf, wo der rote Pfeil ist. Hinterberg rein in das Kor. Dann rauf zum Schneevettel. Und dann oberm Schneevettel links rein. Das wird ja auch schon spannend. Da liegt ein bisschen Schnee drin. Schneejuche. Vielleicht treffen wir einen Pulverpaale. 25 Minuten. Ja, ja. Die Südwand hinten. Jetzt gehen wir dann da rauf. Die schaut schon ganz gut aus. Mit den Steinen. Da ist ja auch so schön. Ja, das geht. Wenn es eigentlich, da ist alles ganz gut aus. Der Fluss ist fertig. Da geht es weiter, wenn es das Gewissen wäre. Da geht es, wie heißt. Die Schüpfung kommt, da sind wirklich neu. Die Schüpfung kommt, da bei uns. Die Best-Süße hat gerade gefragt, ob es links zum Skywalk geht, nein, links geht es einfach in Schoder auf, hier sind weg von früher, aber das ist nachher alles steinschlaggefährlich bin da aber selber auch schon mal durch, weil ich noch in der Phase höher schneller weiter gewesen bin da rennst du einfach und rennst und nimmst gar nicht wahr, was sich eigentlich so ausspielt und das ist dann eigentlich schon lässig, wenn du dein Base ein bisschen chillst und so den Wanderweg genießen kannst dann siehst du die Markierungen, da drüben in der Wiesn sind wir noch beim Steinschlag-Safe Dann machen wir mal eine kurze Trinkernspause Ab der 1. Juni 2018 habe ich dich mal gefragt, welche Bergschuhe ich mir kaufen soll, weil ich möchte einmal wundern gehen Dann sage ich, Schwesterherz, ich muss nach Pfütz gehen, ich muss eh ins Wundergeschäft, ins Berggeschäft, fahren wir gemeinsam Dann, sie passt noch immer, wenn wir meine Hosen gekauft, Schuhe Boah, jetzt sind ja alles gekauft Bis zum Kapi und dann sind wir auf dem Wirtl-Schnuckl Das waren damals 600 Höhenmeter Du bist raufgekatscht Und ich bin so gegangen So, ich habe keine Kraft mehr in die Füße gehabt So bin ich rauf, dann waren wir oben und das war so geil einfach Ich war so fertig Dann wollte ich noch die, wie heißt das? Die Sulzenschneide Die Sulzenschneide Ich habe gesagt, eine Viertelstunde, gehen wir da noch rauf Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht mehr Ich glaube, eine Woche muss ich gar nicht mehr Und so hat das angefangen, dass wir gemeinsam etwas machen So hat das angefangen Ein Jahr später wird es mal überschreiten Ja Viermal so viele Höhenmeter Ja, aber da sicht man, dass wir uns schön langsam zubestastet haben an das Ganze Du hast da voll trainiert in dem Jahr Ja Boah, da war ich frustriert Ich wollte auf dem Schauer rauf, ich gehe 400 Höhenmeter Nach der Hälfte war ich so froh, dass ich einen Regentropfen gespürt habe Weil ich stehe jetzt bei Nässe, soll man nicht rauf Ich gehe jetzt also Furt um 312 Minuten Muskelkoder gehabt Nächsten Tag wieder Boah, ich weiß nicht vergessen Und dann, das ist ja noch so dreckig, ich habe Muskelkoder gehabt Und dann haben wir gedacht, dass ich lange dauern habe Passt das alles Und jetzt sind wir da gut drauf, gell? Ja, jetzt ist so, dass es passt Jetzt passt Jetzt kann es nur noch eine Frage sein Dass wir den Pulver Pauli treffen Weil im Pulver sind wir schon Und in der Sonne auch stark Super Boah Jetzt brauche ich dann die Sonne im Brun Bis der Partei reflektiert Na, jetzt stimmt ein Stück, das Zeug Cool, gell? Cool, gell? Ja, das geht ja steigertes Begeer Ja, sicher Ja, das geht ja 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 Aber du weißt da schon, du weißt, was du da havingst Feile Scheiße, ich tue ihm das Seil entlang aus. cool, da sind wir wirklich wäschig ja immer Seil gescheit halten jawohl sehr schön Seil gescheit anhalten, passt jetzt gehst du vier super Schwester das war jetzt der Hunnerschortensteig da sind wir hier gescheit original auf 2613 Meter ausgestiegen da ist der Hunnerkogel oben jetzt haben wir uns einmal einschmiert mit Sonnencreme da soll nicht nur mehr Fotoplätze sein genau so schaut es aus juhu, ich bin am Berg juhu und es hat einen Schnee Juhu Juhu Banditen da sind wir hier rum am Tachstallgletscher wir gehen hier über die planierten Pisten um mich aber der Schein drückt unter uns ist das Gletscher da sind auch ein paar kleine Spalten das habe ich schon beobachten können aber wenn man auf dem Weg bleibt dann sollte im Normalfall nichts passieren das sind nur ganz kleine Spalten wo gerade einmal ein Fuß hineinpasst da oben ist der Hunnerkogel die Bergstation da kommst du rum wenn du da rauf fährst ja und da vorne ist der Doppelgipfel vom Dirndl hohes und niederes Dirndl heute machen wir doch einen auf Safety first am Seil zweier Seilschaft das ist der Herz und ich und wir gehen zum Randkluftsteig rauf weil doch ziemlich viel Schnee liegt und ich glaube es ist nicht so viel los insofern sind wir über die Randkluft sicher mal einiges schneller Theresa war noch nie oben und muss beim ersten mal nicht gleich das anspruchsvollste sein auch wenn sie es locker schaffen da war sollte eine schöne Erinnerung bleiben und heute ist ein schöner Tag den genießen wir ich freue mich auch weil ich war das letzte Mal vor ungefähr zwei Jahren hier oben am Dach stehen schon einmal wieder gewaltig da ich glaube timing mäßig haben wir es echt ganz gut erwischt ich habe mal da unten die Spalten an das ist ein Spaltenmeer das ist ein Spaltenmeer das ist ein Spaltenmeer ich bin im Moment Videos kannst du abonnieren du kannst auch einen Euro 70 oder 90 oder gar nichts du bist voll der Pauli hat im Vorfeld schon auf die Videos zugegriffen wo er Kanalmitglied ist und das war jetzt mit dem Pauli heute oben war wunderschön war super keine Leute ich habe Reichen da früher eh schon gesehen und habe gesagt der Pauli dann habe ich gedacht die werden den Pauli geben ist das ein Steirerpulver oder? Österreicher Steirerpulver den kannst du essen kannst du fressen aber noch besser war es mit Aperol oder mit Aperol Spritze wenn wir jetzt einen Aperol Spritze hätten ja und den Steirerischen dann war das der Dachstraucoctil ist der Dachstraucoctil der Dachstraucoctil ja genau du kannst 15 Eilen verlangen der Dachstraucoctil gewaltig und du hast uns jetzt gesagt da gibt es auch coole Varianten über das Bandlaufe ja du gehst hin da habt ihr den ersten Abstand weg der sitzt so schön beim Einsteck da auf und dann hinein perfekte Freudezeit machen wir Schwitter super schöner geht es nicht allein unterwegs keine Leute das habe mich so gewundert da ja mich auch wie sind die Verhältnisse um nach dem Aufschwung in Richtung Rinn perfekt oder? das ist kaum ein Wissen ja ja kurz es geht nicht besser oh Wahnsinn das heißt wenn man die richtige Tour haben will den richtigen Bergführer dann ist das der Mann oder? stimmt gibt keinen besseren gibt keinen besseren ja Pulverballi es gibt nicht viel besseres Pulverballi also der ist ja der beste Fotograf ja das stimmt das kriegt man auch dazu nicht gibt viele Bilder genau ja das gibt es auch dazu Marta Hohrenfotos das sind ja Wahnsinn gewesen wir sind ja gemeinsam Marta unterwegs wirklich? war genial war super wir sehen es jetzt nicht mehr da hinten ist besser dann ohne Pickel ist nichts es ist so wie die Klärung bei der Bischofs nicht ja lass sie nachgehen ja wie geht's aus für Franzl? geht's? das passt dann passt der Pickel ja das ist gut passt es gut? ja nein Franzl so passt es genial ja ja nein die Schaufel musst du umnehmen schau her um den Griff oberhalb um oberhalb angreifen so ja perfekt so ist es gut ja na das ist gut steige also halten gehst dir höher ein bisschen Franzl Stufen noch steigst höher ja 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 war schon so gut die Franzl Spur noch die Franzl Spur noch da kam es noch und reinsteckt perfekt ja so ist es gut ja so ist es gut da unten geht die Spur noch die Reise genau so ist es perfekt da kann nichts sein da rutscht du nicht aus da rutschst du nicht aus das passt genau das passt genau das passt genau ein Meter um in mir noch das ist eine Spur Jetzt hast du es. Nein, jetzt ist kein Problem. Spur noch. Die tiefer steigen, die franze Spuren steigen. Ja, genau. Siehst? Die wird es einfach. Die Spur noch steigen, Teresa. Die Spur noch steigen. Die Spur hat, was der Franz hat. Die Deigen im Hof. Ja, genau. Die Spur knallig. Die Spur knallig. So, da ist Salomon Super! Super! So, was sagst du? Paul, du bist ein wilder Hund. Danke dir, du erweiterst meinen Horizont. Oder durch dich wurde mein Horizont erweitert. Und danke für den Pickel wieder einmal. Jedes Mal, wenn wir zwei den Ball treffen, müssen wir uns den Pickel fahren. Ja, aber heute haben wir noch einen dabei. Nächstes Mal gehen wir Essschwimmen. Ja, genau, so schaut's aus. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt sind wir im Schulter-Einstieg gelandet. Von der Pulver-Paule-Honschaft. Wir müssen durch den Pulver hochgreifen. Dann greifen wir halt da hoch. Das ist halt so eine Sache. Viele von außen beurteilen irgendwas. Viele Leute, mit denen ich heuer kein einziges Mal unterwegs gewesen bin. Mit dem Pauli bin ich doch auch schon öfter unterwegs gewesen. Und der kann das natürlich einschätzen, was man kann. Und dementsprechend losse ich halt eher auf Leute, mit denen ich unterwegs bin. Das gehört auch mal so gesagt. Er war auch direkt vor Ort. Das heißt, der hat direkt die Verhältnisse einschätzen können. Genau. Gut gesehen. Ja. Feierste, dann gehen wir wieder da rauf und Handkluft rein. Ja. Passt, oder? Aber den gemütlichen. Da nehmen wir nichts mehr mit da hin. Nein, da wo die runterkommen. Genau. Genau. Fisch. Da sind meine Steigeisen. Das sind nicht vom Vorteil, oder? Das sind die. Da sind die Eisen vom Vorteil, ja. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe jetzt aber. Das war ja nicht. Ich laufe. Das ist wahrscheinlich die BIP processo. Und ich laufe. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt wirklich. Okay, stop. Das ist ja anstrengend. Es ist halb so wild. Kegelände. Aber schon kell. Wo ist das so anstrengend? Nein. Das ist Genussstoffe. Ein Pulvergenuss. Das ist ja ein Pulvergenuss. Der Pferd ist etwas anders. Das ist ja ein Pulvergenuss. Ich finde, du machst das super, Schwesterherz. Nein. Höchstens meine Krankenschwester. Die könnte das vielleicht auch noch gleich gut machen. Pusserl geht raus, mein Schatz. Was? Was? Fahrrad. Anstrenger? Was? Ja, jetzt ist es nicht in der Hand. Boah, ich bin froh, dass ich die jetzt frischt habe. Das ist nicht schwer, nur ein bisschen ausgesetzt. Da sind wir im Herzerl, im Rock. Ich bin froh, dass ich rausgeflühe. Du hast es doch zum Herz gemacht. Da sind wir im Herz. Im Rett, am Herzerl. Rund, Kluft, Steig Voll geil Schwester, herz schnauft Ich schnafe noch sehr früh Dann komme ich runter Es passt noch, wenn ich ratschen auch noch kann Ja Wenn es ratschen kann, dann passt alles Jetzt geht es auf in die Gipferin Du sollst auch schon starten Was tue ich? Du sollst auch schon starten Die Stabspur nehme ich auch Ja Ja So, da steckst du den Gipferin aus Alter, war doch fein Ja Ja Ja, Kälte, Kälte Kälte Wart man Eine wahnsinnige Stimmung So So Jetzt kommt er her Die Beste ist der Ewa Der darf doch schnell schreiten Ja, sicher darf sie schreiten Juhuui Wo bist du? Juhu, ich bin am Berg Juhuui So, das haben wir jetzt Wie es jemals von Mama und Papa gehört Dass wir jetzt am Tag stehen sind Geflogen Ehrlich? Und das im September? Der Paul hat die Skikanone reingeschalten Der Pulver Pauli hat die Skikanone reingeschalten Ganz allein einmal herum Brutal, das ist mördergewaltig Lass uns mal einen fetten Daumen nach oben da leiteln Abwartet Super Danke dir Also Ja Man muss ja seine Grenzen Sachte Behutsam Im geschützten Rahmen Nach oben verlagern Genau, das haben wir heute gemacht So wie meine erste Eisquerung Ne, wo der Paul nicht unten gestanden war Ich weiß nicht, wo Nein, ist ja der nicht da Aber so war es Das gut passt Da die Rinnen runter ist auch gut gegangen Ja, war cool So geht man im Winter hinauf Und heute war auch ein Pulver da Aber wir sind bis zum Gipfel durch die Rinnen Gewaltig Auf die Pulver Auf die Pulver sind wir Ich glaube ein paar Hetter werden sicherer So einen Daumen nach unten da lassen Für jeden Daumen nach unten Zehn Daumen nach oben da lassen Wollte ich was sagen Mit einem Daumen Gewaltig Ich schau mal das Video Und das ist ja immer Ich schau halt ein Daumen nach oben Nicht einmal, wenn ich Und das mal fertig schauen muss Der kommt sofort Bitte schau es euch Diese Furtplätze Da noch einen an Das ist doch abartig Und das am 2. September Es ist noch Sommer Und bin ja auch einen kurzen Augenblick da Vor einem Monat Da haben wir das machen Ja Es geht nicht von einem Tag auf den anderen Es geht nicht von einem Tag auf den anderen Es geht nicht von einem Tag auf den anderen All diese Erfahrungswerte Irgendwann werde ich auch mal zu spazieren Irgendwann werde ich auch mal zu spazieren Genau Oder auch nicht nur die Wiese Alm und Wiesen wandern Hinter uns ist jetzt ein Auseinander gegangen Und da geht es jetzt die letzten Meter noch runter zur Randkluft Kannst du da gehen Freilich Na ja Ich bin aber bereit, weil wir eingegangen Ja Hat gut gepasst So, passt Magst du gehen Schauen wir, dass das Seil einfach gespannt ist Ich gehe da so nach Und du gehst genau in der Spur Genau Ich habe jetzt keine Bremsknoten drinnen Die Seile sind auch ein bisschen zu kurz Aber wenn wir genau in der Spur bleiben Falls irgendwo Spalten sind, sage ich es dir Genug früher Genau Und den Picke immer auf der Bergseite tragen Genau Heute bin ich voll entspannt Weil es sind top Verhältnisse Und das habe ich genau gewusst Dass ich das nicht ansatzweise an deine Grenzen bringe Die eine Querung Ja Aber der Bergführer Ja und das habe ich dir eh zu getraut Das passt schon Gut ist es gegangen, nichts ist geschehen War aber auch nicht anders zu erwarten Wieder einmal gut geplant Wir gehen jetzt nicht so retour Wenn wir auf den Gletscher zugestiegen sind Weil es doch schon ein bisschen später ist Und die Sonne da war Und Da gerade fahre Richtung Seetallerhütten Doch schon warten Ist erstens Spalten warmer Zweitens Sind da Stempel drinnen Und da drüben sind Viel mehr Lächer Also da drüben tragt sich hin auch mal so gut Und Insofern Sind wir jetzt gleich safe Ja und Resümee Machen wir entweder beim runterfahren Oder nach unten Wir haben gesagt Wir fahren runter Schöter Wir sind jetzt gerade runtergekommen Sind mit der Bon runtergefahren Da zahlt 25 Euro pro Person Das heißt 50 Euro haben wir gezahlt Dafür wird aber das Ticket Also die Mautstraße wird dafür entwertet Der kostet uns eben 20 Euro Das heißt im Endeffekt haben wir 30 Euro draufgezahlt Und sind halt um einiges schneller runtergekommen Und das war halt jetzt schon auch ziemlich kraftschonend auch Ja weil der Aufstieg war halt nicht so kraftschonend Ja es waren anspruchsvolle Verhältnisse Der Schnee oben nachher Und vor allem nachher auch auf den Tach stehen Der Paul hat ja gesagt Das sind Verhältnisse Die hast du einmal in vier Jahren Und wir haben uns perfekt erwischt Ich hoffe dass die Aufnahmen die der Paul gemacht hat Dass die auch cool ausschauen Schreibt es uns unten in die Kommentare wie es euch gefallen hat Wie hat dir die Tour insgesamt getaugt Ja jetzt vollgetaug Also der Steig da Ohne Schattensteig Der Steig Der ist richtig schön einfach Am Schluss geht es schon ein bisschen so zur Sache Ich habe heute noch mehr durch den Schnee Es ist ein bisschen Schnee drinnen gelegen Aber ich habe mir gedacht Nein Steig aus dem Prax nix geht gut Ist auch gegangen Ist super gegangen Wir stecken am Rucksack und alles Dann hast du gesagt Gehen wir einen Rundkluft Steig rauf Zuerst habe ich mir gedacht Ich weiß nicht Ich habe da so viel Gletscher Das ist schon gefährlich Aber eigentlich war es für mich ungenehm Ja Und dann habe ich den Ball getroffen Dann hat der das eine tolle Idee gehabt Da hat er eine Eisquärung genommen Wir kommen in so eine Rinder runter Das hast du das erste Mal in deinem Leben gemacht Wie ist es dir da gegangen? Bosen scheißen Ja ich habe gesagt Zum Glück habe ich die Steigeisen zum Eisklettern Ich habe geflucht Aber der Paul hat mich super unterstützt Und du bist da gut vorgegangen Und dann der Klettersteig Die Schulter waren auch cool Ja aber anspruchsvoller Wie die Randkluft Ja die Randkluft ist halt Kerzen gerade da runter Ja weil es war komplett vereist Ja weil es war komplett vereist Ja beim runtergehen Es war halt dann eh ein paar zu hoch Ja Aber runter wir sind dann echt zum Teil komplett vereist Ja Säu war frei Am Schluss hast du noch mal eine nette Rinn ausgesucht Ja Kipferinn direkt gemacht Bis in die Schatten zwischen Kipfer und Nebenkipfer Die war eigentlich gut Schon gell Also im Säu halt natürlich Ja Im Winter ist die noch mal einiges steiler Heute hat es so 45 Grad ungefähr gehabt Genau Ja und nach einem Abstieg im Randkluft Wie hast du das gefunden da bei der Randkluft selber Bei den Spalten wo wir da durchgegangen sind Nein ganz am Anfang hast du gesagt bleib einmal stehen Und ich bin da so gestanden Rechts und links war eine Spalte Ich bin da nicht so wohl gefühlt ehrlich gesagt Aber sonst war alles gut Weil die Spur war gut angelegt Und du hast ja gesagt du musst halt in der Spur bleiben Genau und das hast du super gemacht Und wir waren auch zwei Nein es hat gut gepasst Ja Bist du wieder mit dem Hund gassig Ja Zwei Nein Aber es wird immer besser Und wo mein Tag Genau Und jetzt am Übermorgen machen wir Gletschertraining Genau Und du hast halt so irgendwann gesagt Na ja vielleicht fahren wir mit der Bonn runter Und ich bin absolut Also du weißt das Ich bin ein Bahnverweigerer Aber das habe ich halt vorgeschlagen Mir hat das heute gereicht Das war eine sehr alpine Tour Ja das reicht dann Insgesamt 1400 Höhenmeter Und ja 11 Kilometer Wenn du mit der Bonn fährst Sonst noch mal einiges länger Und bei den Verhältnissen Ich war schon alpin Das hat schon gepasst Schon gut In dem Sinn Das waren alpine Momente Die Kapperl gibt es übrigens im Onlineshop zum kaufen Unten verlinkt Das sind voll super Ich habe schon einmal gewaschen Geht das? Halt das dann? So sieht es einmal gewaschen aus Super Ja Dann passt die Qualität da Sehr gut Und jetzt nur der Fußplätze Ja In dem Sinn Wenn ihr irgendwelche Fragen habt Unten eine ins Kommentarfeld Kanal abonnieren Graue Glocken aktivieren Und das war es eigentlich auch schon In dem Sinne Bergheil Bleibt's geil